Ich habe ganz ausnahmsweise mal wieder Wasser gefunden, aber immer noch kein Öl. Nur ein Monster zwischendrin. Das hier erinnert mich aber wirklich auch ein bisschen an Need for Speed 2, an Death Valley. Ja, dass für das eine Update, äh, Upgrade hast du noch Gold gebraucht. Ja, aber ich glaube mittlerweile habe ich genug. Okay. Ich habe so ziemlich alles, außer halt Öl. Vielleicht sind wir doch nicht tief genug. Aber wer weiß das schon? Oh, ein Goldsteinchen, immerhin. Bewacht von einem fiesen Viech, das ich aber schnell und behende ausgeschaltet habe. Goldstein. Goldberg. Ein ganzer Berg aus Gold wäre aber auch ein Overkill. Wasser, 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 aber kein Heilwasser, ist ja doof. Also der Planet kommt mir sowas von komisch vor. Ich habe ja auch wieder nur Wasser gefunden, aber in größerer Menge. Scientist Code, brauchst du sowas? Bringt mir das. Äh, du hast wissenschaftliche Klamotten dann an. Ah, ich habe hier den Tunnel gefunden, glaube ich, den du meinst. Oh mein Gott. Was ist ein Krono? Sagte ich doch. Warum die Rückfrage? Warum nicht? Ah, ein paar Fackeln. Mining Chest, nehme ich mir mal mit. Vielleicht kann man die ja im 3D-Printer ausdrucken. Ah, Öl. Ah, er hat gefunden. Sehr viel Öl. Da hüpft mein Novakid-Herz vor Freude in die Luft. Und ich habe Kupfer gefunden in der Kiste. Reichste Novakid von alle. Na gut, es macht ja auch mehr Sinn, dass das Öl unterirdisch ist, weil es bildet sich ja quasi da unten und so. In der Tat, in der Tat. Autos werden angetrieben von Dinosaurien. So, jetzt dürfte ich viel Öl haben, weil... Betreibe Raubbauern der Natur des Planeten. Ich bin ein guter, anständiger Amerikaner. Anständiger Amerikaner? Meinen Sie diesen Menschen hier? Menschen, diesen Novakid? Riot baut sich eines Tages ein riesiges Ölbauffeld auf. You know you're a redneck when your gunwreck has a gunwreck. Also wenn auf dem Gewehrständer ein Gewehrständer ist. Ah, ein Terbium. Ja, tatsächlich. Mal schauen, ob ich dann auch noch ein bisschen Öl finde. Oder ob halt du der einzigste bist, der jetzt damit gesegnet wird. Hier kann man wunderschön abbauen. Was kann man so abbauen? In dem Terbiom alles. Aber da finde ich jetzt vor allem auch Gold. Dürftest du ja eigentlich hin? Eine gute Menge Gold sogar. Hm, was bestimmt interessant wäre, wenn sie in so Terbiome irgendwie so... Ja, ich sag jetzt mal Skeletthäuser einbauen könnten. Also so wirklich so Knochenkonstrukte so großen. So. So. So, 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 so. Das ist der So-So-Song. So, 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 so. Das müsste jetzt eigentlich auch für meinen Stern reichen, glaube ich. Öl. Öl. Ich wiederhole. Öl. Aber nicht so viel. Ölvie... Ölviecher, genau. Die könnten doch so Ölmonster machen. Hoppala. Das reicht doch für deinen Sternzerstörer. Wenn man eingeschleimt ist, dann kann man nicht mehr so hoch springen. Perfekt. Ungünst. Hm, jetzt wo ich hier gerade schon über diese Biome überlege. Also in so ein Schleimbiom. Da könnte man ja auch irgendwie so ein Wackelpudding-Sprungkissen reinbauen. Da ist noch so ein Minentunnel-Ding und das steht komplett unter Wasser. Aber da sind Sachen drin, die sehen aus wie Hightech, irgendwas. Ich bin ja auf dem Weg zu dir. Harre noch etwas aus. Aber sollte man uns unbedingt ansehen, wenn wir schon mal da sind? Ich kann auch alleine plündern. Ich brauche da keine Hilfe für. Doch, doch, die Menschen, denen muss man doch helfen. Die arme Menschheit. Es ist passiert, was ich immer befürchtet habe. Wir haben den Planeten an einen Idioten verloren. Die arme Menschheit. Was ist denn das? Draußen hat gerade irgendwas ganz erbärmlich gegauzt. Also ihr Leute auf YouTube, das war bei mir vorm Haus irgendwo, aber ich kann nicht sehen aus dem Fenster heraus. Seefix. Wie weit muss ich denn noch nach links kommen, bis ich dich endlich wieder finde? Also ich bin ja jetzt wirklich schon eine ganze Zeit nach links unterwegs. Tanks, Tanks, andere Links. Jetzt finde ich auch außerhalb des Therbiums Öl. Da ist sogar ein Ölfisch. Sachen gibt's noch. Macht, glaube ich, keinen Sinn eigentlich, ein Ölfisch. Naja, der kann dann in den Maralsee schwimmen, ne? Ah, hier hat einer nach unten gebuddelt, geradewegs. Oder nach oben. Ah. Hallo. Was machen sie hier? Hatzat. Oh. Kupfer. Ein Mining Conveyor Belt. So, so, so. Das wäre eigentlich auch interessant, wenn sie irgendwie so eine Sortiermaschine oder sowas, so mit Laufbändern, einbauen würden. Weil bei Minecraft gab es ja sowas ähnliches auch so mit den, mit den Lohren, die man da irgendwie mit dem Sammler bestücken konnte oder so. Ich hätte Spitzhacken, falls du welche brauchst. Die habe ich unterwegs gefunden. Bomben. Ja, bei Bomben, da horcht er sofort auf. Aber Spitzhacken? Zerstörung macht halt einfach viel zu viel Spaß. Huch. Das dachte sich dieser Pappkamerad hier eben wohl auch. Eigentlich richtig beschaulich hier mit diesem kleinen unterirdischen, naja, See will ich es nicht nennen. Tümpel. Wir sollten uns langsam mal wieder den Weg nach oben suchen, finde ich. Was halten Sie davon, mein stummer Sepp? Würde ich auch sagen. Und machen dann vielleicht Pause, hm? Würde ich alles auch so sagen. Schnapp dir ins Niggers, wenn es mal wieder länger dauert. Weil wer weiß, wie schnell wir da jetzt hochkommen. So, ey. Ja gut, da. Da kam der Beckenbauer in mir hoch. Oh mein Gott. Deine Leertaste quietscht. Ja, deine Leertaste. Verrat doch nicht alles. Indianer, Jones und der Fluch der quietschenden Leertaste. Die Leertaste quietscht und alle so hier. Ah ja, das Neid. Das Leid, das bringe ich über meine Feinde, wenn ich erst mal wieder hier raus bin. Oh Mensch, wie viel Sand ich hier jetzt schon aufgesammelt habe. Könnte man wirklich sagen, der Wyatt hat viel zu viel Sand in seiner Kimme? Oder in der Unterhose? Alter, jetzt stürzt es aber ein. Das muss. Das muss so. Das ist Absicht. Komm zurück. Uh, Mickey Mouse mit Einhorn. Was gäbe man jetzt für einen handlichen nebenbei Mitnehm-Teleporter? Der halt schon auch ein bisschen tiefer funktioniert. Vielleicht könnten sie ja sowas als Belohnung machen, wenn man im Story-Modus irgendwie ziemlich ganz durch ist. Chucklefish, das geht in eure Richtung. Ich hoffe, ihr könnt Deutsch. Oder was mir noch einfällt. Ja, man müsste so einen Bohrer haben, der einfach nur nach oben bohrt, ne? Stimmt. Das wäre auch cool wäre, wenn man Aufzüge bauen könnte, quasi so. Oder platzierbare Teleporter. Das wäre natürlich noch besserer. Sowas habe ich auch als Mod gesehen, allerdings gibt es das für die aktuelle Variante noch nicht. Und ich glaube, die wollten offiziell auch irgendwie sowas einbauen in der Richtung. Wenn man den machen würde, bauen wir auf eine Komfortfunktion, die sehr komfortabel wäre. Ja, vor allem auch für Heimatplaneten, wenn man halt seinen Spawn halt mal ein bisschen... Weil da gibt es ja ab und zu doch ein bisschen bessere Stellen, wie da, wo man jetzt halt direkt am Anfang rauskommt. Oder wenn man sich eine Höhlenwohnung bastelt oder sowas. Dann wäre das schon ganz hilfreich. Es gab ja allerdings aber auch schon Spieler, die den Heimteleport eigentlich schon zu viel fanden. Also, dass das schon zu leicht wäre eigentlich. Iron Ore, Iron Ore, Iron, Iron, Iron Ore. I am Iron Ore. Nie. Dachte, du wärst, äh, Sepp Miles. Tja, bin Legion. Legion. Hm. Warum bist du eigentlich nicht, äh, blunt? Sepp Brennigan war es nämlich. Tja. Wärst du deinem Vorbild, Sepp Brennigan, näher? Ah, ab hier kann man schon hochbeamen. Wink mit dem Zaunpfahl. Jetzt müssten wir nur wissen, wo hier ist, ne? Oh, da unten ist eine Hightech-Chess. Mit einer Tech-Karte drin. Sehr schön. Technologie. Klaustrophobie. Mal gucken, ob ich damit noch, äh, was freischalten kann. Ich glaub, der Wyatt, der hat noch nicht alles freigeschaltet. Noch lange nicht. Äh, show me my tech. Ja, was wär'n gut. Gravity Bubble. Boah, ich hab's sogar Platin schon irgendwie gefunden. Hm. Platin. Wofür nimmt man das eigentlich am ehesten in der aktuellen Version? Weil Spitzhacken ist ja irgendwann blödsinnig. Hm. Kann man verpixeln. Das Niveau ist eben ums Hundertfache gestiegen. So, ich will den Star basteln. Wir fehlen Torches. So, jetzt gibt's auch ne kurze Klick-Org hier bei mir. Ja. Gut, jetzt hab ich auch meinen Stern. Ist das nicht schön. Ja, ist so schön. Ich weiß nicht, ob sein Begeisterungsruf echter Natur war. Was gibt es jetzt noch zu tun? Ach ja. Schauen Sie auf meinen Stern. Ja, ist ja so schön. Das sagen viele Leute am nächsten Tag. Halt, hören Sie auf damit. Hier ist die BPJM. Sie sind indiziert. Zerstörung macht halt einfach viel zu viel Spaß. Daher kannst du das nicht auf den Ambus stellen. Nein. Ja. Du brauchst ein größeres Schiff, hm? Ich hab mal deinen Garnspinner abgebaut. Jetzt kannst du es vielleicht da hinten hin basteln. Immer diese Platzprobleme. Die haben Luftballons übrigens auch. Tja. Wie sehr weh tat der auf einer Skala von 1 bis 100? Schreibt's in die Kommentare. So, jetzt hast du auch ne Hightech-Chest. Dich hier hoch, technologisch. Da. Was, ja? Äh, keine Ahnung. Ich krieg's gar nicht hin, Sachen aus dem Inventar zu schmeißen. Warum auch immer. Einfach den Mauszeiger außen hinbewegen und Q drücken. Q drücken? Ja. Welch Zweck hat es, dass du das fragst? Mein Herr? Ah. Ich krieg meine alten Sachen wieder. Jetzt noch wisst du, wo meine Plattenpanzer-Dingspanzer ist. Dein Plattenpanzer? Vielleicht beim Musiklabel? Höh? Pfff. Ernsthaft, wo hat er die hingelegt, die Rüstung? Pff, 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 pff. Ja, ihr Rektum ist im guten Zustand. Psch, pff, 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 pff. Hier stirbt gleich ein Außerirdischer. Außerirdischer? Wo? Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Oh. Hm, hm. Oh. Hm, hm. Lalalalalalalala. Ich hab mal dein Schiff rot angesprüht. Hm, da gehen doch bestimmt auch noch andere Farben. Oh nein! Hätte ich das nicht tun sollen. Ähm. Kann ich eigentlich noch auch noch machen? Failure. Your mother has a failure. Crap. Ähm. Jetzt hast du vollstbunte Disco-Schiff. Da. Oh ja, das Cockpit. Das muss lila werden. Mist, das geht nicht. Gewinnsleicht, äh, lila. Findest du es nicht wunderschön? Nope. Hm, schade. Ich hab mir extra Mühe gegeben. Nope, nope, nope. Aber ist so mit dem Painting jetzt bestimmt ein Unikat? Also, du fällst auch bestimmt auf. I am the Krim Reaper. Äh, Reaper. Wir müssen aufpassen. Nicht, dass jetzt ein Mario von hinten gesprungen kommt, ne? Für ein Mario. Weil wir hier so ein Sternchen haben. Dum, 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 dum. Ho, ho. Jetzt geht mir das Lied wahrscheinlich schon wieder den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Ah, da ist alles dabei. Pock, 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 Pock. Unnützer Schrott. Wuuu. Wui. Gehe, um dich zu holen. Oh. Girl. Ach nee, es heißt ja nochmal, also ich komme, um dich zu holen, ne? Nicht, ich gehe. Hm, hm, hm. Und was nu? Ich tue gerade mal Inventar auf, ne? Ah. Ist eigentlich eine gute Idee. Das sollte ich auch mal tun. Oh, das heilende Wasser. Sie sehen in dieser Folge zwei Idioten rollen ihr Inventar auf. Dim, 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 dim. Was habe ich wo reingepackt? Wo gehört was hin? Hm. Ich muss mir mal einen neuen Heimatplaneten irgendwie zurecht machen. Ich stehe ja vor den vollen Kisten und denke mir so, ich habe ja nichts anzuziehen. Gut. Hallo, Sab. Ach, hm. Störe ich bei was Wichtigem oder machst du nur dein übliches Zeug? Ich bin der Geist der letzten Weiner. Einer spinnt immer, ne? So, jetzt sieht das doch schon wieder besser aus. Oh, du hast eine neue Axt. Tching, tching, tching. Ach, macht deine auch so Bällchen? Ne. Werden keine Bällchen gemacht. Bei mir schon. Oh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Pause. Ja. Soll ich die Abmoderation machen oder willst du mal? Soll ich die Abmoderation machen? Ja, ich habe das große Mikrofon, ich weiß. Yo, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie wir so, naja, mehr oder weniger durch die Höhlen gekrochen sind. Vielleicht hat es euch nicht so gefallen, wie ich da 20 Minuten unter der Erde versucht habe, zu seiner Position zu kommen. Keine Ahnung. Falls es zu eintönig wäre, kann ich ja nachvertonen und dumme Witze erzählen und keine Ahnung was. Yo, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann ist vielleicht auch WhatsApp, ne, Sepp Miles auch wieder dabei. WhatsApp, genau. Yo, dann macht's mal gut und bis dann. Ciao. Sayonara. Sayonara.